So, wichtig ist bei der ganzen Sache, wir können ja gerne versuchen, dieses Board zu programmieren, aber wichtig ist, dass wir uns folgenden Treiber dafür herunterladen, und zwar, ich habe das mal farblich markiert, hier CP2102, USB-Controller der Firma Silicon Labs, ist unter www.siliconlabs.com herunterzuladen. Die Datei heißt Installation der MySmartUSB-Treiber, und das als PDF, das nehmt als Anleitung und handelt nach der Anleitung. Wenn ihr nach der Anleitung handelt, dann kriegt ihr das auch hin, und das ist eigentlich so schön dargestellt, und alles aufgeführt, was man machen muss, und so weiter und so fort, und ich komme aber trotzdem da drauf. Also, auch wenn das hier steht, ich werde das mal noch ein kleines bisschen, sagen wir mal, darstellen, damit ihr damit leichter klarkommt. Ihr braucht dann diesen neuen Treiber, und zwar, der heißt dann cp210xvcp-installer.exe, und diese Datei starten, und dann installiert der euch das alles praktisch fast automatisch. Aber, Achtung, erst dann den Controller anschließen, also sprich, erst dann das USB-Kabel, nachdem ihr das Ding installiert habt, dann erst das USB-Kabel anstecken, und das Board, also sprich, dieses MK2 anschließen, dann funktioniert das auch. Also, hier guckt euch das nochmal an, den Treiber, den könnt ihr auch im Internet suchen, dann kommt ihr erstmal auf dieses PDF, und habt da die Anleitung, und nach der Anleitung, dann geht das los. Der Rest ist eigentlich einfach, es wird ein virtueller COM-Port erzeugt, das soll euch aber egal sein, Ihr könnt den aber rauskriegen, wenn ihr auf Computerverwaltung, und dann, oder, ihr geht gleich auf den Gerätemanager, und guckt euch an, wie heißt das Ding. Und, ob ihr vielleicht noch Drucker oder sonst was angeschlossen habt, ist jetzt vollkommen egal. So heißt das Ding hier. Das ist auch wunderschön in dieser Datei praktisch gezeigt, wie das alles funktioniert. Und wenn ihr das dann installiert habt, dann könnt ihr aufräumen, also alles nach Anleitung praktisch wieder löschen. Ich empfehle allerdings, das Ding trotzdem erstmal da zu lassen, das ist nicht das Problem. Den COM-Port, der kann bei euch COM3 heißen, der kann auch, so wie bei mir, COM4 heißen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, dann lassen wir das erstmal an der Stelle, und ich mache dann weiter, wie ihr euer Board einstellen müsst, und wie ihr euren Compiler einstellen müsst. Das geht dann im zweiten Teil weiter. Also, bis gleich. Tschüss.